Ich möchte euch recht herzlich begrüßen auf meinem Kanal Volker Franks Hausmusik. Wie ihr seht, bin ich zu Hause und bleibt ihr auch bitte zu Hause. Wir müssen die Zeit jetzt überstehen. Es wird auch demnächst was Neues von mir gehen. Bloß wir müssen jetzt diese Zeit überbrücken und ich werde bei jeder Sendung ein Song für euch spielen. Natürlich von meinem Lieblingssänger Neil Diamond. Fangen wir an mit Beautiful Noise. What a beautiful noise. Coming up from this new lead. It's got a beautiful sound. It's got a beautiful beat. It's a beautiful noise. Going on everywhere. Light and click on the track. All it's rain on the track. It's got my rhythm to spin. It's a beautiful noise. It's a beautiful noise. It's the sound that I love. And you'll hear me as well. Whoop my hand with a glove. Yes she does. Yes she does. What a beautiful noise. Coming up from the park. It's the song of the kids. And you'll hear me as well. In a place, aren't you dark? Whoop my hand with a glove. Yes she does. Yes she does. What a beautiful noise. Yeah, that's was beautiful noise. Ich möchte euch schöne Ostern wünschen. Und wie ihr gemerkt habt, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, ich stehe auf einem Trampolin. Wird heute Abend noch ein bisschen hüpfen. Und es gibt noch ein Song, was ein bisschen mit Ei zu tun hat. So, frohe Ostern und bis nächste Woche bei Volker Franks Hausmusik und Tschüss. Ich versuche bei Volker Franks Hausmusik und Tankepodden Sie in 2.